ja Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3 mit der Moose und die Intellibear wir sind jetzt ja im Tunnel und wir schauen dass wir die Kammer vor den beiden Geschwistern finden Letztens hat mich einer von diesen scheiß Alienfreaks angestarrt und ist dann einfach verschwunden Ich warne die Leute immer, dass Aliens unter der Stadt wohnen, aber keiner glaubt mir Sie werden schon sehen, wenn die Aliens sich erheben und sich an den Oberflächenbewohnern rächen sehen sie, dass ich nicht verrückt war aber dann ist es zu spät ja gut reinkaufen für Seelenfrieden für Seelenfrieden Einfach ein Haufen Schwachwaffe unsere Börse schief gerne und schief 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 wo ist denn eigentlich unsere Maja? Hä? Wie die einfach hier spawnen und was tut er ab? mein fucker wir leben ja 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 Jo ja so so wenn nicht so viel schäuft so ja joh yeah nun ich war doch ich war doch schon drin Zeit für eine Abreibung äh 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 du wirst Maurice den Geisterschleim bringen oh hi äh äh wieso bin ich jetzt gestorben ich glaube ich weiß warum ich glaube der Zug kam nice cool und ich dachte der der Teddy wäre gerne alles aufhalten äh 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 mit Einschusslöchern wirst du viel besser j 나� genau das habe ich gebracht ok einfach in ihr geld mal mitten ja so der der klappt dings bums ist unten okay alles klar dann schon mal mal wo ist der so gut also dann weiter geht's die sind doch schon da oder nicht den skillpunkt gleich ich habe genug davon darauf zu warten dass die aliens kommen und uns alle töten ich hole sie mir ich gehe mit meinen fäusten die voller gerechtem zorn sind wenn niemand was tun will gut wenn du mein bruder so die ausgeben branchen braucht keine munition an sich ist das schon geil wenn also vor allen dingen beim schnellen feuern mehr schaden wenn die hitze zunimmt habe ich gar nicht gemacht so brandschaden 10 20 und 30 prozent an sich das ist auch cool aber nur für für das normale weil im späteren verlauf werden die gegner immer häufiger flamme resistent sein hier gab es nicht mit nichts mehr in direkten schaden aus teilt bewirkt sie zusätzlich brandschaden ja was ist das verringert muss abklingzeit verringern da geht bei also bis minus fünf sekunden die wirkung dieser skills nimmt bei wiederholter anwendung ab ja ok genau das ist die blase also waffen geschwindigkeit erhöht ja komm ich mache trotzdem brandschaden was ist das sind wir einer hallo was das dachte ich mir rechter sie schützen die kammern vor jedem der verrückt genug ist eine zu öffnen die werden nicht begeistert sein uns zu sehen ich gehe doch mal bist du schon tot? sind wunderschöING wenn du es nicht allein ansatz bin MOSFICA eben aber was Ah, da ist noch eine. Und ein Phantom. Die sind irgendwie cool. Die Waffen sind cool. Ich werde irgendwie aufgehalten. Ich werde irgendwie aufgehalten. Ah. Was ist das? Ah, ne. Nix wirkliches. Das hilft mir nicht weiter. Noch nicht. Irgendwann wirst du das lesen können. Gut. Da oben ist auch noch was. Äh, hier werde ich sterben. Gut. Hi. Tschüss. Ui. Ah. Ja, wenn die roten Kugeln den anderen dann treffen, dann wird er besessen. Ah, das ist ja cool. Tschuldigung, der ist schon tot. So. Wieso ist das jetzt hochgegangen? Naja. Äh, hier ist eine Sarkasse, die ein bisschen auffälliger ist. Die war echt gut. Wieso. Eine weitere Kamera. Ich schau mal kurz, wo es hier hingeht. Aha. Oh nein, das ist auch gesperrt. Wieso sind die alle immer gesperrt? Hey. Hey. Du hast dich mit der falschen angelegt. Oh, scheiße. So. Ah. Uiuiui. Ah, wie, wie mache ich das auch? Ja, ich lass den mal besessen werden. Multikill. Ja. Aber die ist doch, die ist grün. Hier ist auch kein Kabel irgendwo. Nö. Okay. Vielleicht brauche ich irgendwas, um die dann zu öffnen. Ach ne. Genius. So. Plup. Gut. Dann, ja, das brauchen wir jetzt nicht. Uh. Hallo. Hier rüber, ihr Hackfressen. Hier rüber, ihr Hackfressen. Aber die, die Waffe ist schon echt geil. Die sind jetzt alle besessen, ne? Uh, die können sich beamen. Cool. Schön. Schön physisch. Ui. Das war aber nicht nett. So. Zeigt hier mein Iron Bear. Ja. Wie hier geht's lang? Du bist gar nicht hier. Was los? Du verpasst den ganzen Spaß hier. Jetzt geht's zur Kamera. Uh. Oder doch. Ah, da ist sie. Was ist das denn? Nein. Bleib stehen und stell dich. Lilith? Wir sind drin. Maja. Ava ist weg. Wir schwärmen überall Kalikaros. Wir sind wohl auf uns allein gestellt, Kammerjäger. Ah, Ava. Ja. Ava ist weg. Ja, war ja klar. Ja, war ja klar. Wow. Ich war mir nicht sicher, ob ich jemals wieder eine Kammer sehe. Hm. Gut, dass du mich zurückgeholt hast. Ne, mag ja. Stell dir all die Leute vor, die ihr Leben an der Oberfläche gelebt haben, ohne zu wissen, dass sie auf einer Kammer stehen. Guck. Guck. Ernsthaft. 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 Die haben da echt ne... Ein Loch gelassen. Ernsthaft. Da... Nee. Komm. Das ist doch jetzt ne Farge. Soll das so sein? Ich meine, ich... Ich kann diese jetzt Stadt von hier sehen. Es... Äh... Da hat der einfach ein... Da... Da passt ein Schiff durch. Düdych. Ah, hier ist die Kammer. Alter. Achtung. Die Kreatur, die die Eridiana in der Kammer eingesperrt haben, hat ja tausendelang geschlafen. Die wird echt angepisst sein, wenn wir sie wecken. Da. Der Torbogen dort ist der Eingang. Steck den Schlüssel in den Sockel. Gut. Dann schauen wir mal. Mal sehen, was jetzt kommt. Na also. Hä? Oh oh. Wieder ein Drache oder ein anderes Fliege. Oh, ein anderes Fliege. Hier ist es wieder nicht. Der Wüter. Rampager. Hallo. Okay, dann werfe ich mal ne Granate. Ahhhh. Geht auch mal mal auf die Maya, die kann nicht sterben. Ah, scheiße. Ja, cool. Ah, die Maya hat nicht gelb, danke. Ha, der ging, gegen Fettsack. Das ist angeschlagen. Nuss ihm alles entgegen, was du hast. Uh, da ist kritisch. Das ist getroffen. Jetzt voll drauf. Mist, das bringt nichts. Na doch. Hä? Welche Dinger? Welche Dinger? Achso, die. Was ist jetzt? Äh. Verdammt. Ah, das hat sich verwandelt. Geh weg da. So. So krass schwer ist das gar nicht, finde ich. Ich meine, jetzt haben wir schon die Hälfte durch. Mal schauen, was er, was passiert, wenn wir ihn bis zu allen Drittel runter. fahren. Äh. Huh. Ah, anscheinend nicht, der macht hier alles gut. Da ist halt, äh, jetzt gegen, gegen, ähm, ich hab keine Granaten mehr. Doch, warte. Okay, und ja. Ich werde dich nicht vermissen. Schieß auf diese Leuchte, Dinger! Achtung, das Dinger war missig. Bäh. 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 Tschüss. Bäh. Nice. Bäh. Bäh. Das Ding reißt hier alles nieder. Das war auf jeden Fall das letzte Teil. Hat er gerade seinen Brustkorb geöffnet, um mich darauf zu schießen? Was ist bei dir? So, ich würde mal sagen, es ist wieder Zeit für meinen DER. Fertig. Danke. Ja, Mann! Das war der Hammer! Ava, ich hab gesagt, du sollst dem Schiff warten. Hier ist es nicht sicher. Und die Chance verpassen, eine echte Kammer zu sehen? Sieh dich doch nur mal um! Ava, du bist noch kein Kammerjäger. Es gehört mehr dazu, als kopflos der Gefahr, entgegen zu rennen. Richtig. Ja, absolut. Kammerjäger, du solltest reingehen. Lass dir ruhig Zeit. Ich muss ein ernstes Wort mit meiner Schülerin wechseln. Und die Beute geht an den Badass. Dieser Ort muss an die 100 Jahre alt sein. Vielleicht sogar 200. Ava, wir müssen reden. Aha, aha, sicher. Das ist kein Scherz. Ja, 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 ich weiß, schon klar. Fass nichts an. Ach, was? Gar nicht wahr! Okay. Wir gehen jetzt mal da rein. Und lassen die beiden Alarm... What? Ja. Plündere die Kammer. Hm. Hm. Die Kammerkarte hat uns aus einem Grund hierher geführt. Dieses Gerät muss eine Bedeutung haben. Bricht das Eridium. Ja. Ja, 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 ja. Nice, nice. Ich denke, ich komme jetzt da durch. Ja. Okay. Klar, warum nicht? Skin... Ja, aber die sind nicht wirklich so wunderbar. Super. Uhlala. Ja. Packt mein Inventar ist schon wieder der Fall. Dann ziehe ich mal die... äh... Skins an. Und schmeiß die... ähm... billigen Sachen mal weg. Hm. Der geht nach unten. So. Sieht uns zerstörbar aus. Sieht uns zerstörbar aus. Ah! Faszinierend. Diese Kammer ist durch eine antike Energieleitung mit einer zweiten Kammer verbunden. Diese Koordinaten sehen aus wie... Eden 6. Gut gemacht Kammerjäger. Wir haben unser nächstes Ziel. Sample Maja und ihren kleinen Foulpelz ein. Und kehrt zum Schiff zurück. Okay. Ah, immer diese Pistolen hier. So. Auf jeden Fall bekommt die kleine erstmal... äh... Hausarist unser... ...zimmlichen Hausarist. Gut. Ich hab was vergessen. Jetzt hab ich... Oh. Hä? So ein MCD nicht auf. Sonst nix mehr, ne? Dann... Let's go! Mal schauen, ob die schon gesprochen haben, aber... ja... eigentlich schon. Oh. Verdammel. Hm? Was ist das? Äh? Äh... 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 Oh, Troy, was haben Sie da gelassen? Danke, dass ihr das erledigt habt. Mann, ihr Kammerdiebe denkt nur mit dem Abzugsfinger, was? Weiter so und ich werde endlich eine Götte. Äh, wir werden Götter. Hab ich doch gesagt. Also, jetzt ziehe ich mein Ding los. Ähm. Wir gehen jetzt. Sofort. Ihnen sollten wir es zeigen! Wer ist die Göhre? Was hatten die für ein Problem? Sie hat keins. Aber du dafür. Ich werde eine Sirene sein und dann wische ich den Boden mit Arschleigen wie dir auch. Du wirst... Denkst du echt, dass das so läuft? Süße, du wirst diesen Ort nicht verlassen. Lass sie los! Ganz genau so. Lass sie los! Ava, nicht! Sei bereit! Nee, 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 nee. Nee. Ich dachte, das geht nur bei mir. Geht wohl mit jeder Sirene. Los, wir haben, was wir wollten. Ja, und noch viel mehr. Aber hey, wenn die Sirene nochmal mal bei dir klappt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Maja, sie ist fort. Schnapp dir die Kleine und dann zurück zum Schiff. Ich sag Lilith Bescheid. Na, fühlst du dich jetzt gut? Hä? 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 Idiot. Ja, los. Sprich mit mir. Sie ist tot. Maja ist tot. Komm schon. Verschwinden wir von hier. Tja. Gut. Wieso killen die die Maja? Die ist die coolste. Nehmen Sie so. Ja, ich lasse sie jetzt einfach da. Alter. Warte mal. Da war gerade ein Ausrufezeichen. Aber egal. Das ist jetzt gerade egal. Wie? Und zufrieden. Ne, dem Haier ist nicht gut. Kamerjäger, wir sind auf der Brücke. Ja. Gut, aber das schauen wir uns das nächste Mal an. Wir sind schon wieder eine halbe Stunde unterwegs. Gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Trotz diesen, diesen dummen Endes. Naja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye. D